Die Sinfonie von Beethoven, dann kam die zweite und dritte, dann kam die vierte und fünfte, dann kam die sechste und siebente und dann kam am fünften Abend die achte und neunte. Für mich selbst ein Novum, weil ich die vor der neunten noch nie etwas spielte und es passt wunderbar. Herrlich. 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 Herrlich.